hey ho ihr lieben herzlich willkommen zurück zu entropy zero zwei schön dass ihr wieder eingeschaltet habt uno momento so wir fahren weiter habe ich euch schon gesagt dass super cool ist kann ich überfahren ich kann hier einfach überfahren glaube ich geil aber es geht hier ab ich kann sie nicht mehr sehen aber ich kann sie überfahren so gut dass sie die überfahren kann einfach wie cool das hier auch alles ist ich komme mich darauf klar wie geil das ist okay oha das sieht ganz schön nach falle aus irgendwie keine falle das böse erwachen kommt noch ach du scheiße hier sieht es ja super aus super scheiße sieht es hier aus ist das explosive oder warum sieht die warum sieht die so aus wie die aussieht oh god oh ja geil da ist ein schatten von schatten von irgendeinem vieh ich werde mal speichern ich habe angst ist der lieb ne der ist nicht lieb die machen aber gut schaden hier holy shit deftigen damage schatten schatten Kannst du einfach nur kalt sein? Ich versuche es zurück. Schön aufgespießt. Habe ich das jetzt geöffnet? Kann ich jetzt weiter? Na, wie komme ich hier wieder raus? Ist ja die nächste Frage über den Laster. Ich bin voll Idiot. Ah, sorry. Manchmal stehe ich auf dem Schlauch. Der Schlauch ist ziemlich breit und dick und fett und lang. Aber das bin ich gewohnt. Wie heißt das Auto wechseln? Kann ich auch mit dem fahren? Ja, klar. Ist bei dem auch was anderes? Naja, ne? Das macht keine Unterschiede. Das macht keine Unterschiede. Night Vision. Ja, tolle Night Vision. Boah, sieht das geil aus. Oh mein Gott. Sieht das geil aus. Alter, holy fuck. Ist das schön. Das ist also in den Kisten. Interessant. Alter, wie gut das aussieht. Da hinten geht's runter. Wollen wir hier runter springen? Okay. Vielleicht, okay, vielleicht hätte ich das lieber mit dem Auto machen sollen. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Na, ne. Hier fahre ich mit dem Auto runter, oder? Macht mehr Sinn. Alter, so ein riesen Vieh hier im Wasser. Wollen wir bloß nicht ins Wasser fallen. Vieh ist genau unter mir. Oua. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck. Mein Gott. Seid doch nicht so dumm und fallender. Hohin ist Wasser. Kann ich so weit runter schießen? Tragic. Danger, no fishing. Ja. Alter, ist so cool gemacht. Oh, da oben ist eine Zeichnung. Irgendeine Zeichnung. Da oben keine Noel kann o' �limpel. Und da unten ist alles Gedrecht. Es geht doch an die Zuonsten. Oh, das ist wirklich Yeti. Da oben geht's und Mistel. Das istống. Dass ich da oben bin. Da oben an. Was hat die Ich aber nicht... Das mache ich nah. Fel Fool. Also noch mal drin. Der wo Biste Seite dasola- Und das hat Probleme verkratzen. Ah, das reicht.... Also ganz Robbie. geht doch ein bisschen länger als der erste teil tatsächlich finde ich mega nice sobald der boost aktiv ist kann ich leider nicht so richtig steuern er lenkt sich denn wie so ein panzer das ding ich meine schein genommen ist es natürlich im panzer aber es lenkt sich als super scheiße plötzlich oder sieht ja auch schön aus hier oben ist offen immer gespannt wo wir ankommen nachher das auto ausgeht ist lustig wie 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 Ian wie 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 wo war das mit meinen What? Alter, wo bin ich zum Fick nochmal? Wo bin ich? Boah, ist das hübsch hier. Oh mein Gott. Boah, ist das hübsch. Boah, ist das hübsch, ist das hübsch, ist das hübsch, ist das hübsch. Also unabhängig davon, dass ich Flasch bin. Oh, hier Flasch. Weg. What the fuck is that shit? What the fuck is that shit? What the hell? Alter, ist das geil. Seismografen? Alter, ich hab grad, ich hab grad Half-Life Observer Flashbacks in gut, in richtig gut. I don't know, ist das gerade absolut crazy gut. Ist gerade super, super geil einfach. Holy shit. Guck mal, das ist ne fertige Testkammer eigentlich. Vom Portal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss hier durch. Jump and run here. Alter, ist das nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist halt die Frage, wo ich hin muss. Komme ich hier? Ja, komme ich. Wow. 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 19 20 20 20 20 21 23 sechs days moderaten non relative activity war das war 1 ok ok jetzt geht es hier zwei ok hier runter war hier war ich noch nicht hier geht es richtig runter holy shit hey wie supercool dass hier gerade ist alles oh mein gott alter ok 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 da gehe ich besser nicht durch ja 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 Das war's für heute. Alter, wie geil Oh Hä, das ist ja fies hier Könnte man ja glatt reinlaufen, wenn man nicht aufpasst Also ein bisschen gruselig, äh, finde ich das auch Ich hier, ich hier auch, oh Kann ich auch durch Oh Hmm Ich glaube, hier gibt es nichts zu machen, oder? Ja Hmm Hmm Wirst du halt nicht Wirst du halt nicht, was das alles bringen soll Ich glaube, hier gibt es, ich glaube, hier gibt es nichts Das ist einfach nur Das ist einfach nur Quatsch hier Ich glaube, der Raum hat keinen großen Sinn Ich glaube, die Kunst ist eher, hier wieder rauszukommen Warte mal War das denn ein AA2? Das hier Oh 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 Klar Wie im ersten Teil Oh, ich bin dumm Sorry, ey Sorry, Leute Ich bin so dumm einfach Klar War doch im ersten Teil auch so Oh Oh, ich bin so ein voll Honk, ey Ehrlich Oh Oh, oh, what What, 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 what the, what, what the fuck Huh Huh What is going on What is going on Wait a minute Wait a minute Oh, echt jetzt Oh, nee, echt jetzt Scheiße Äh Das ist schlecht Das ist richtig schlecht Den habe ich nämlich jetzt nicht mit Okay, aber ich kann mal Zeug, das ist gut Schon alle auf Ah Hä Oh fuck, 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 oh fuck Ich habe jetzt nicht mitgehabt denn hier? Was ist denn hier? Achso, hier geht es einfach nur zurück, oder was? Ich traute mich hier gar nicht reinzugehen, weil das hier so mystisch aussah. Ja, hier geht es einfach nur... Weißt du was? Okay. Okay. Okay, alles klar. Dann, äh, lieber nicht. Hey, cool, ne? Diese Unter... Alter, diese Eishöhle hier. Mega nice. Mein Gott, ist das schön gemacht. Ah ja, Exit hier. Steht er da, ne? Alter, nice. Aber nö, eigentlich, äh... Ganz ehrlich, äh... Eigentlich... Möchte ich das, äh... Sorry, aber das, das, äh... Wurmt mich... Das wurmt mich, äh... Das jetzt nicht auszuprobieren. Ich kann das nicht so stehen lassen. Muss das jetzt noch mal... Errungenschaft. Fair distant eyes, oder so. Warte mal, wo war denn das? He, he, scheiße. Äh... War das die Tür? Ja. Muss das noch mal ausprobieren hier. Vorne mal ne Kiste. War das nicht so... Was ist so... Ah, das ist einfach nur... Oh! Haha! Okay, war einfach nur... War einfach nur ein bisschen... Okay. Nichtsdestotrotz, ich... Wollte das wissen. Scheiße. Okay. Gut, dann sag ich schon mal an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh... Im nächsten Part geht's weiter mit, äh... Entropy, Zero, Zwei, mega geiles Game, holy shit, und es ist for fucking free, es kostet nicht 1 Cent. Es ist halt ne Mod, super krass, super, super krass, was die Entwickler hier geleistet haben. Ähm... Der erste Teil noch so... Joa, ist nice. Aber der zweite Teil... Joa, richtig nice. Holy shit. Wahnsinn. Also, bis zum nächsten, äh, äh, Part von Entropy. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao. Danke fürs Zugucken.